Prinz Louis, hier hilft er angespannten Königin Camilla. Dass Prinz Louis, 4, ein gutes Händchen für Königinnen hat, konnten wir bereits beim Thronjubiläum seiner Urgroßmutter Queen Elisabeth, 96, im Sommer beobachten. Doch auch mit deren Nachfolgerin scheint sich der kleine Frechdachs gut zu verstehen. Denn obwohl es eigentlich sein Sandringham-Debüt ist, schafft es der Vierjährige mit seiner charmanten Art. Eine sichtlich angespannte Königin Camilla, 75, zu beruhigen. Die niedliche Szene sehen Sie im Video. Verwendete Quelle, Miraog.